Dana ranted wegen Merab, Saudi-Arabien will im MMA mitmischen und Islam Dullatov sagt seinen Kampf ab. Das sind die Themen des Tages, mein Name ist Flo, viel Spaß bei den MMA News. Die Dana White Contender Series fand ja in der vergangenen Nacht wieder statt. Der renommierte Glory Kickboxer, um den es gestern ging, hat eine Decision verloren, vorerst also kein weiteres Mittelgewicht in der UFC, das diesen Background vorweisen kann. Aber Dana hat auf der PK danach ein paar interessante Dinge gesagt. Zum einen sprach er recht negativ über Merab-Dvalishvili. Dass Dana es nicht gerne hat, dass Merab und Sterling nicht gegeneinander kämpfen wollen, obwohl es sportlich eigentlich Sinn macht, war ja eigentlich klar. Aber er wurde halt jetzt erstmals wirklich deutlich. Er meinte, dass man mit dieser Einstellung erst gar nicht in den Sport kommen solle. Die UFC versuche herauszufinden, wer der Beste der Welt ist und wenn er das nicht auch will, sei das kein Platz für Merab. Es gäbe etliche andere Orte, Organisationen also, denen das egal sei. Sehr harte Worte auf jeden Fall. Scheint es offenbar nicht zu kennen, einen wirklichen Bruder zu haben. Ich wüsste zumindest nicht, wer das sein soll und denke, wir würden ihn kennen. All Business halt auch einfach. Das macht ja schon auch so ein bisschen das Geschäft kaputt. Wir suchen den Besten der Welt ist natürlich auch etwas lächerlich, wenn sie jetzt zum Beispiel Chito um den Titel kämpfen lassen, ein Mass Vidal zweimal in Folge gegen Usman ran durfte, ein Strickland um den Titel kämpfen wird und so weiter. Gibt ja tausend Beispiele, die mit dieser Aussage eigentlich nicht vereinbar sind. Für Merab und Sterling natürlich dennoch ungemütlich, auch wenn Sterling unter einem Beitrag über diese Aussage auch einfach nur schreibt, dass sie dann einfach Merab den Titelkampf geben sollen und die Familie gewinne. Was er dann stattdessen vorhat, weiß man wohl nicht, aber naja. Ich finde es irgendwie in gewisser Weise auf jeden Fall nice, dass das große Geld, das mit diesem Champion-Dasein einhergeht, diese Freundschaft nicht kaputt machen kann. Zumindest scheint das ja so. Dana sagte auch noch, dass die UFC das Matchup zwischen Alex Pereira und Jiri Prochaska spannend findet und es möglicherweise noch für Dezember eingetütet werden könnte. Wo wir beim Pay-Per-View im Dezember sind, das mit dem Kampf zwischen McGregor und Chandler seien Fake News gewesen. Das sei wohl ein AI-generiertes Foto gewesen, das Conor da auf Twitter teilte. Also ich habe es jetzt nicht selbst gesehen, aber seriöse Journale meinten halt, dass das ein Screenshot vom offiziellen UFC Fight Pass war. Keine Ahnung also, was man dazu jetzt sagen soll. Passt halt so ein bisschen in die Zeit von Trump, Bolsonaro und Co., die das mit den Fakten und der Wahrheit und so einfach ein bisschen anders interpretieren. Kann man dann also wohl als eine zeitgemäße Aussage einordnen. Fest steht wohl, dass der Kampf wirklich noch nicht fix ist. Und vermutlich hat einfach irgendein Webdesigner ein bisher noch nicht fixiertes Vorhaben versehentlich veröffentlicht. So eine ähnliche Geschichte gab es doch auch letztens noch zum Kampf zwischen Pereira und Blachowitsch, als der kurz als Titelkampf verkündet wurde. Naja. Zu guter Letzt zerschlug er noch die Hoffnung einiger Fans, dass Brock Lesnar oder Ronda Rousey für UFC 300 zurückkommen könnten. Davon fantasieren ja einige so ein bisschen. Die hätten beide ausgesorgt und anderes im Sinn. Die PFL hat eine recht große Nachricht rausgehauen. Ich habe auch in der Vergangenheit bereits immer mal aufgeschnappt, dass die irgendeine Connection nach Saudi-Arabien haben. Aber ich weiß gar nicht, ob das bisher Hörensagen, inoffizielle Infos oder irgendwie bereits bekannt war. Jetzt auf jeden Fall wurde veröffentlicht, dass SRJ Sports für über 100 Millionen US-Dollar Anteile an der Firma aufkauften. Dabei handelt es sich um den Sportsektor des Staatsfonds. Also dieser Staatsfonds wurde halt gegründet, um Geldanlagen im Auftrag der Regierung zu tätigen. Diese SRJ Sports, um das im Sportsektor zu machen. Auf gut Deutsch, das Königreich selbst investiert in die PFL. Nicht irgendeine Firma von dort oder ein privater Investor oder so. Nein, diese absolute Monarchie selbst. Was natürlich wild ist. Die PFL schreibt dazu, dass sie dieselben Visionen haben, was den Sport angeht. Die größten Stars sollen an Land gezogen werden. Mega Global Events heißt es noch. Arenenshows nehme ich also an. Und globale Expansion, um auf der ganzen Welt Präsenz zu zeigen. Teil des Deals scheint auch zu sein, dass die sogenannte Superfight Series der PFL, also deren Pay-Per-View-Liga in Saudi-Arabien veranstaltet wird. Zumindest zum großen Teil. Zudem soll eine regionale Series veranstaltet werden namens PFL MENA, also Middle East and Northern Africa. Don Davis, der Gründer und Vorsitzende der PFL, gab ja im Rahmen der Veröffentlichung von PFL Africa bekannt, dass bis 2026 sechs solcher Unterorganisationen gegründet werden sollen. Wir haben ja noch PFL Europe, fehlen also nur noch drei. Kann man wohl recht klar als Sportswashing einordnen, diese Maßnahme? Ist ja definitiv kein kritikfreies Königreich. Was gibt es da nicht, was mit unseren Werten nicht vereinbar ist? Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, fehlende Religionsfreiheit, Pflicht zur Verschleierung der Frauen, Vormundschaftsrecht gegenüber diesen, digitale Überwachung, somit die meisten Hinrichtungen der Welt, Folter, diverse Kriegsverbrechen gegen Jemen, Verfolgung von Journalisten, Inhaftierung von Menschenrechtlern, systematische Ausbeutung von Gastarbeitern. Die Liste kann sicherlich noch lange weitergeführt werden. Jedenfalls will man als solch reiches Land natürlich globales Ansehen haben. Wirtschaftspartner, Tourismus und so weiter. Da sind Sportveranstaltungen ein altbekanntes Mittel, um auch mal bezüglich Dingen in der Öffentlichkeit zu stehen, die Leute mit etwas Positivem verbinden. Raffen irgendwie viele Leute nicht, dass ein Kadirov zum Beispiel zwar sicherlich auch MMA einfach ganz geil findet, aber das auf jeden Fall auch Kalkül ist, sich mit einem Mike Tyson und so blicken zu lassen oder einen Usman, einen Gaethje für viel Geld einfliegen zu lassen. Im Fußball gibt Saudi-Arabien ja auch gerade richtig Vollgas, ging ja mit der vergangenen WM so richtig los und nun kauft die Liga ja auch jeden, der bereit ist, die Karriere vorzeitig für Unsummen zu beenden. MMA ist also als nächstes dran. Als schnellstwachsender Sport der Welt ja auch nur logisch. Manche Leute sehen es auch so ein bisschen als strategischen Schachzug gegen die rivalisierenden Vereinten Arabischen Emirate, welche ja stark mit der UFC kooperieren. Die PFL jedenfalls wird das Geld sicherlich sehr gut gebrauchen können und das wohl auch als weiteren Schritt ansehen, der es realisierbar machen könnte, langfristig wirklich mit der UFC zu konkurrieren. Wie man dazu steht, ist wohl jedem selbst überlassen, aber es sind große Neuigkeiten. Das steht fest. Islam Dulatov hat noch ein Video-Statement veröffentlicht. Es hieß ja lange, dass der am 16. September bei Octagon Frankfurt sein Debüt in der Organisation geben soll. Bisher war nach wie vor kein Gegner bekannt. Jetzt meinte der Düsseldorfer, dass er wegen einem gebrochenen Finger zu spät seine Vorbereitung beginnen konnte und immer wieder aussetzen musste. Es stellte in der Vergangenheit ja immer klar, dass er sofort mit einem Top-5-Gegner einsteigen will, aber davon sei gerade ohnehin keiner verfügbar. Fällt dem Veranstalter halt irgendwie ein bisschen spät ein, aber naja. Dulatov meint noch, dass sie für November in Köln einen Gegner haben, schiebt dann aber auch nach, dass der auch nur zu 80% sicher ist. Handelt es sich dann aber auch um den gewünschten Top-Gegner. Engijek steht bisher auch noch ohne Gegner auf der Feldkarte für Frankfurt. Mal schauen, ob da in den nächsten zweieinhalb Wochen noch was verkündet wird oder ob der kurzfristig auch noch gestrichen wird. Bisschen komisch irgendwie, das dann noch so offen zu halten. Einige Nachrichten gab es noch zu UFC 5, dem wohl bald herauskommenden neuen Videospiel der UFC. Wenn ihr mit dem Spiel etwas anfangen könnt, checkt auch gerne mal Apex Combat ab. Das ist eine deutsche Liga in diesem Spiel. Das wird auf Twitch gestreamt, gibt wohl richtige Rivalitäten und so und hier und da auch ein paar Gewinne für die Teilnehmer abzusagen. Der Veranstalter hat mich auch schon so ein bisschen gepusht. Das war jetzt einfach die perfekte Gelegenheit, sich zu revanchieren. Auf jeden Fall wurde jetzt zu diesem neuen Spiel bekannt, dass es einen Online-Karrieremodus geben wird. Mit selbst kreierten Kämpfern kann gegen andere Spieler um den Status als Champion gekämpft werden. Das Matchbacken-Erfolg wohl basierend auf einem Skill-Level. Klingt auf jeden Fall ganz cool. Meine Zeit als richtiger Zocker sind quasi komplett vorbei, aber so Online-basiert es gegeneinander hat mich früher immer sehr gecatcht. Wenn man sich das Spiel vorbestellt, kann man wohl mit Mike Tyson, womit Ali und Feder Emelianenko spielen. Auf dem Cover werden wohl Volkanovski und Shevchenko zu sehen sein und auf der Deluxe Edition Adesanya. Veröffentlicht wird das Spiel am 27. Oktober für Xbox und Playstation. Zum Abschluss würde ich nochmal ganz kurz einen Kumpel etwas pushen wollen. Tyron Pfeiffer, frischer MMA-Profi, der ja auch schon das eine oder andere Mal als Gast auf dem Kanal zu sehen war, hat vor ein paar Wochen eine ziemlich verrückte Reise beendet, ist 2800 Kilometer mit dem Fahrrad von Mainz nach Athen gefahren. Ohne irgendwie hochprofessionelles Fahrrad oder bereits ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben, das Ganze hat er auf Video festgehalten und heute Abend den dritten und letzten Teil dieser Dokumentation veröffentlicht. Wer das spannend findet, checkt gerne mal das verlinkte Video in der Beschreibung ab. Erwartet jetzt auch keine hochprofessionelle Doku oder so, das ist einfach ein Typ, sein Fahrrad, ein paar Haferflocken und ein Zelt im Gepäck und eine GoPro. Aber genau deswegen habe ich persönlich auch so viel Respekt vor der Reise, würde mich freuen, wenn es ein bisschen mehr Beachtung bekäme. Mit den Worten beende ich auch schon wieder die heutige Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, weiterhin viel Liebe an meinen Unterstützer auf Patreon, weiterhin sind neue Abonnenten wertgeschätzt. Damit ist alles gesagt, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge.